Herzlich Willkommen bei B11 Lektion 9 Teil 1. Unser Thema heute ist das Thema Gesundheit und wir werden im ersten Teil viele Wörter und Sätze lernen, die mit dem Thema zu tun haben. Ich habe hier meine Antwort. Ich glaube, dass der Mann in seinem Büro ist. Ich glaube, dass er im Büro ist. Das Büro ist. Vielleicht ist er gestresst. Er ist gestresst. Er ist gestresst. Er ist gestresst. Und Macht. Und hier ist eine weitere Sprache. Entspannungsübungen. Er ist. entspanung. entspanung يعni eh? يعni relaxation. au استرخاء. تمام? فبقت عندي entspanungsübungen على بعضها يعni زي تمارين للاسترخاء. تمام? فهو هنا برضو في بداية الجمل بتاعته بيقول ich fahmute. انا ايلا ich glaube. هو ايلا ich fahmute. الاثنين بمعنى انا اعتقد. das der mann sehr viel stress hat. انا ايلا. er ist gestresst. er hat stress. الاثنين سيبات. طريقتين مختلفتين. بمعنى انا حد عندو دخت او ها تحت دخت. und entspanung braucht. وبيحتاج لالاسترخاء. sehr schön. خلينا نكمل. und wir machen weiter mit dem Wortschatz. da haben wir hier die Frage was kann man für seine Gesundheit tun? يطرر نقضر نعمل اي لصحيطن. تمام? فا das erste Wort hier regelmäßige Mahlzeiten. regelmäßige Mahlzeiten يعni او ات او وگبات بشكل منتزم. was kann man machen? man soll auf oder man kann auf regelmäßige Mahlzeiten achten. achten auf بمعنى ان هو ايه? بمعنى ان هو يخلي بالو من. تمام? او هنا ممكن تدي بمعنى يحافظ على يعni الوجبات بشكل منتزم. تمام? اوكي gesunde نارungsmittel نارungsmittel بمعنى lebensmittel تمام? اكل او طعام und man kann gesunde نارungsmittel zu sich nehmen zu sich nehmen هو يعni verb احلى بس شوية من اسن man kann sagen man kann gesunde nahrungsmittel essen das ist ok zu sich nehmen احلى شوية من مجرد اسن man kann aerobic machen das ist klar يعني aerobics man kann oder man soll eigentlich gute abwehr kraft haben nicht man kann baka nicht man kann aber ist von dem von muftarad in huw yukun randu gute abwehr kraft be magna ehe magna mena mena kraft ok man soll tagess licht nore el rabbna يعni au nore samah man soll tagess licht in die wohnung bringen kraft 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 Es geht weiter, was kann man noch tun hier man soll auf Bewegung und Entspannung 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 Sch gon perfect Wir�도 wir mal er nurses und Entspannung und Entspannung untertitel und Entspannung das Wir Sebab Okay, äh, فهما بيحضروا الواجبات طبقا لإيه بقى لآخر المعارف العلمية يعني. Auch alergica, كل ما بقى اللي شفناها في البلد لكسيكون, auch alergica und vegetarier sind bei uns bestens für das Wacht. طيب, وحتى الناس, alergica, اللي عندهم حساسية, والناس, al-vegetaria, al-vegetarian, sind bei uns bestens für das Wacht. بمعنى على بعضها ان هم يعني ايه, äh, بيجدوا عندنا كل شيء هما محتاجينه. تمام? احنا بنجيب لهم كل شيء هما محتاجينه. Okay. Es geht weiter. Mit Regel drei. Wasser ist leben. Verzeigen sie ihren Körper und den Kreislauf mit Wasser. فهنا بقى بمعنى ايه? بمعنى ان انت حاول ان انت تعطي, تمام? او حاول ان انت تدي لجسمك والKreislauf, الدورة الدموية, مت, يعني تديلوا مية. تمام? Verzeigen mit Wasser. Also geben sie ihren Körper, oder ihren Körper und ihren Kreislauf Wasser. Wir beaten, فازوغن مش verb مهم ان احنا يعني نستخدمو. لكن احنا فاهمين. فازوغن sie ihren Körper mit Wasser. يعني ايه? يعني geben sie ihren Körper mit Wasser. Wir beaten, auf jeder Etage, an mehreren, oughten, fluschen, mit fischen, wassa. عندي verb unbeaten. ده verb مهم. اتفقنا بمعنى ان هو ايه? بمعنى ان هو يعرض أو to offer. فاحنا بنعرض او يعني بنعمل offering او فييدا اتاجة في كل دور. دي اتاجة اخدناها قبل كده برضو زي ما اخدنا في مش فاكرة لك في A2Bail. يشوفون ام ااستن شتوك فبق عندي شتوك او اتاجة. عن ميرا غن قاطن في اماكن مختلفة. fluschen, ازايز متفكش انفاسة فيها مية فرش. regel message training التدريب بشكل منتظم. regel message. اوكي زي شفناها. regel message amal sighten, regel message training. sport, stärkt the upvacraft. فاليوضة بتعمل ايه? للمناعة بتقوي. جاية من stark تمام? لما بقول ايش بنشتاك برضو. يعني additive قديم. ايش بنشفخ ضعيف. ونشتاركن يعني بيقوي. ومنشبخ شفاشن يعني برضو ما زود لها املاوت. وان بقت بيضاف. ازو sport, stärkt بتقوي اجهزة المناعة. reduciert, verb reduceren, reduce, بتقلل الشترس. دي الجملة اللي كانت اللي هي العنوان بتاع اللاكسيون. بتراجن ده verb مهم. بتراجن يعني ايه? يعني زي ما اقول مثلا بتشارك فيه او بتؤدي الى. تمام؟ فهي يعني بتؤدي الى احساس اكبر يعني احنا شفنا يعني يكون في صحة جيدة او ان انا اكون اشفول مش فول انا يعني اشعر بان انا كويس. ففول بفندن بقى هي جاية من الverb ده. يعني ايه؟ يعني الشعور بصحة جيدة. تمام؟ فالشبوط بتعمل ايه؟ بتشارك او بتؤدي ان انت تكون في صحة جيدة او يكون احساسك كويس. تمام؟ شعورك كويس. نوتسن زي استخدم اخدناها برضو في اللاكسيون اللي فاتت الفتنس انجيبوت بتاعنا العرض او مش العرض اللي احنا بنوتيحه لك يعني من عروض الفتنس. زي كنن اوز فاشيدن انجيبوتن فون ايروبك بالسومبا ايا بازوليشز برونجرام سوزامنشتن. وعندي هنا بقى تاني سوزامنشتن بمعنى ان انت بتجمع. تمام؟ او بتوعيد. فهو بيقول ان انت من الحاجات كتير اللي احنا بنوتيحها لك دي الانجيبوت بتاعتنا الكتير الوفرز بتاعتنا الكتير بس مش اوفر بمعنى خصم. تمام؟ بمعنى حاجة احنا بنوتيحها لك الامكانيات المتاحة زي يعني. فمن كل الاشياء المتاحة اللي احنا بنوتيحها لك المختلفة من اول الايروبك لحد الزومبا تقدر ان انت تضع او ان انت تعيد البروغرام الخاص بيك انت. تمام؟ فرشة لفت وليشت. فرشة لفت الهواء التلق او الفرش والنور. زي ستزن دي مايست تزايت ان ايرن بيرو. انت قاعدتو للوقت في المكتب بتاعك زوى شتوف مخت منتا. زوى شتوف الاكسوجين بيخلي البني ادم يكون فايق ونشيط ونفت تمام؟ دا ها فندن دي مايست انزغا فتنس انجيبوت ام فرينشتات عشان كده دا ها دس ويجن دس هالب كلهم زي بعض وعندي شتات فندن اخذنا قبل كده قلنا فيرب مهم بمعنى ان هو الشيء بيكون موجود تمام؟ او هو مساوي فممكن اقول دا ها زند دي مايست انزغا فتنس انجيبوت ام فرين عشان كده اغلب يعني العروض بتاعتنا من الفتنس او اغلب هنا يعني بمعنى تدريبات الفتنس يعني بتاعتنا بتكون في ام فرين بمعنى ايه في الهواء الطلق اوكي طيب ماخن دي باعتا متغيجل زكس زم اوسجلاش انتشبانونج طيب زم اوسجلاش يعني ايه يعني مثلا احنا عندنا يومنا ام احنا في يومنا في دوغوت كتير وزم اوسجلاش ماخن دي انتشبانونج زم اوسجلاش هنا على بعضها بمعنى ايه عشان نحاق التوازن تمام زم اوسجلاش لرجاء السيء فاحنا بنعمل حاجة كويسة اش اش ازم باش بيل اه اه زيع اونجزند اما تمام انا بيكل بشكل مش صحي لكن كعشان اقح نوع من انواع التوازن بعمل رياضة ماخن زي من دستنز اين كوز انشبانونج زيبونج برو تاك فهو بيقول لك ياريت تعمل على الاقل اه تدريب او تمرين الاسترخاء حتى لو قصير في اليوم اخدناها المرة اللي فاتت بمعنى ارشادات الاستخدام تمام بتيجي كمان مع التمرين يعني الحد اللي بي هو بردو يعني بيوفي es gibt اين ترين ودر ترين steht دا ودرسوخت دي ايبون فور زيجن تمام فهو دس اي ماخت اينا انلاعيط هو بيعردلنا او بيورينا اليبون بتتعمل زي فهو دس او اينا ايناعيط نوع من انواع الارشادات وانتخانات مش انتخانات 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 بيها كده بالعملاء بالناس اللي بيشتغلوا في الشركة او دس اس شباتسيفش في دي متعبايتها نا دس هاست انتخانات اوكي ريزيكو زوخت متل كلمة زوخت بمعنى ادمان ومدمن زوش تيش اوكي من زاكت اوكي اوكي ريزيكو زوخت متل زوخت متل يعني المواد بتصيب بالادمان فمواد ادمانية بقى خطرة تمام او فيها عامل خطر ريزيكو يعني خطر تعت زخ حقيقة امر واقع فالحقيقة انه كل علبة سجاير شخت علبة بتعمل شاد بتضر او بتضر او صحي تاك كوهن انا علمت على شادن لي مفردن هو مش verb جديد لكن على شن ريجع ما بعد انه هو تس اين dativ verb دي جسند اي اي شادت در جسند اي 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 ران جسند اي نتزن زي انزر انجبوت فهو بيقول استخدم بقى العروض بتاعتنا دي وحاول ان انت تكون غير مدخن او تصبح بعدين بيقول انه المسؤول او المسؤولة بتاعت السلوك الادماني في حالتن اتفقنا قبل كده يعني سلوك وزخط يعني ادمان على بعضها السلوك الادماني المسؤولة بتاعتنا بتاعت السلوك الادماني است اما في زي دا عاозм die man mag oder liegt. Nummer 8. Gesunde Beziehungen. Die Arbeitswelt ist ein Netzwerk aus Beziehungen. Ein wichtiger Faktor für Gesundheit ist, dass wir uns in diesem Netzwerk fühlen. Wir werden in dieser Schöpfung fühlen. Wir werden uns in dieser Schöpfung fühlen. Die Unterstütze sind die Weiterbildungsangeboten. Wir werden uns mit den Angeboten und den Angeboten sein. Die Weiterbildung ist die Weiterbildung. Weiterbildung ist die Englisch. Weiterbildung ist die Weiterbildung. Das ist eine Art Kurze. Entweder sind die Kurze im Bereich, in unserem Arbeitsbereich, für Magal der Arbeit. Oder sind die Kurze in einem komplett anderen Bereich. Für Magal ist es sehr unterschiedlich. Wenn ich möchte, beispielsweise ein Career-Schiff kann ich eine Art Weiterbildung machen. Das ist das und das ist das. Okay. Nummer 9. Ja zum Leben. – Mensch und den Meinungslöser und selbstbewusst. Im Leben. – Naturell? – Names Lbi-Togf in der Haywelt、 bei Ägabie, oder anzeigener und haben in ihrer Eigenschaftkeit, und die Hände eine Form sein, die Menschen sind zu Leben. – Menschen, die lebe und selbstbewusst sehen. In Leben. – Menschen, die lebe und selbstbewusst sind. In Lebensjahrung sind sie – Ja zum Leben. – Also waren die Menschen, die Menschen, die lebe und selbstbewusst sind. – Menschen. Die Menschen, die lebe und selbstbewusst sind in Leben. – Menschen, die lebe und selbstbewusst haben, in Leben, oder jennais, wie sie – in Leben. – Menschen, die Leute, die lebe und educator sind – der Rolle, Es ist für Sie da, weil Sie die Situation mal etwas schwieriger wird, wenn man die Situation wird, oder es wird. Und wie Sie sehen, hier haben wir schwieriger und weniger, und vorhin schon sehen wir größer und bester. Das ist alles, die Grammatik. Okay. Nummer zwei. Einfachheit von Familie und Beruf. Einfachheit. Was bedeutet? Was bedeutet? äh الجامع. تمام? الجامع ما بين حاكتين صعبين يعني. فهنا الجامع ما بين الاسرة والعمل. Wir wollen und zu unternehmen noch familien freundlicha machen. Iحna عايزين نخلي الشركة بتاعتنا تكون familien freundlich يعني ايه? ام مش freundlich بمعنى لطيف اكيد. لكن مما بقول familien freundlich او فيه كمان زيها كلمة kinder freundlich بمعنى ان هي مناسبة. مناسبة للعائلات او kinder freundlich مناسبة للاطفال. ウ heel اخبرت thank you all separately. هذا يكjudبي مناسبة للاطفال ol Samantha فيه كلمة DON Rouしいتصى للسكنية قديمة لملكة مخباردة. estyية او كلمة 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 تر Internet days on axis. من الحدب في ذلك الاجمع لكن في الشركة في الاطفال وأختار فى الCal شركة مجتمع في ذلك اللقاء. فهنا تتغيزين يعملو التعام للنفسين من أن causa ل نعρη التعاملات والعائلات haben. also haben sie in der Zeit. Die haben Sachen, zum Beispiel in der Zeit. Sie können dann sagen, wie meine Kinder. Die Kinder sind so. Das ist für die Arbeitnehmer ab 255. Die Arbeitnehmer ist von 155. Und dann gibt es viele Arbeitnehmer. Arbeitnehmer ist er Arbeitgeber. Das Bedürfnis. Ich kann sagen, das Bedürfnis nach Freiheit zum Beispiel. Kommen wir jetzt zu unserer Übung oder zu unserer Aufgabe. Was ist richtig? Lesen Sie den Text noch einmal und kreuzen Sie an. Okay, wir haben das erste Mal. Bei den Arbeitsbedingungen sind individuelle Lösungen möglich. In dem Thema, das Ziel ist die Zürfnis. Das Ziel ist die Zürfnis. Das Ziel ist die Zürfnis. und Wägebetarische für die Menschen, die nöblichen, nur Allergica kann die Firma nicht berücksichtigen. Aber die Firma, die Firma, die Firma, nicht zu wissen, dass sie mit Räumen berücksichtigen, mit den Menschen, die sie haben. Die Räumen, also mit dem Mahlzeit-Angebot. Die Mitarbeiter können zwischen verschiedenen Fitness-Angeboten wählen. Die Mitarbeiter können sie mit der Firma sein, dass sie mit der Firma, die alle im Freien stattfinden, und hier werden sie für die Kinder. Das bedeutet, dass sie im Garten, in einem nicht drinnen, draußen ist. Im Intranet werden Anleitungen zu kurzen Entspannungsübungen angeboten. Das ist die perfekte Form von Anbieten, Anbieten, Boot, Anhat, Angeboten. Also, in Internet, gibt es ein Räumer für dieثạn, die Möntgen, die Möntgen oder in den Nöberlin haben. In den Nöberlin gibt es um die hasta die Augen zu erholen. aufhören, können dabei Unterstützung erhalten, erhalten, bekommen, unterstützen, ja, das ist das Nomen. Es gibt Seminare, in denen es um das Verhältnis der Kollegen untereinander geht. Das Verhältnis ist ein anderes Wort für Beziehung. Alaka. In denen, relativ, relativ, Satz, bis ablieh, Präposition, achadnaja, fa, filseman, fies Seminarat, biekun, mowodauha, il, alaqa, ma bein, il, zomalak, unta einanda, ma baad. In schwierigen Zeiten, kan man auch psychologische Beratung bekommen. Fe, il, auaait, ssoaba, binudar, au, yani, il, mar, yaddar, le, ho, yahsul, ala, ist, schara, nafsia. Das Unternehmen, hilft den Mitarbeitern, dabei, karriere und familie zu verbinden. Il, shirka, bittu saad il, mozufin, inno huma, yamilu, fabinden, yuassalu, hierna, misch, tabin, yani, taban, misch, bemane, yuassalu, harfein, lakin, bemane, himma, yigma'u, yigma'u, ma bein il, il, karriere, il, karriere, wu, il, familie. Ok, der Text ist etwas länger, lesen Sie den noch einmal und dann versuchen Sie hier richtig oder falsch anzukreuzen. Ich zeige jetzt die Antworten. Ok, schön. Dann, das war's für den ersten Teil. Danke und bis zum nächsten Video. Danke und bis zum nächsten Video.